hallo ladies und gentlemen bitte bringen sie ihre studien eine aufrechte sitzposition wir starten gott fühlt ich mich gerade lustig haben wir sound wir haben sound ich habe nur drüber gequatscht wir gehen direkt wieder rein wir waren an den priestergebern dran zwei haben wir schon und ich habe bock und ich habe in den nächsten paar tagen viel vor deswegen wird heute noch ein bisschen gezockt scheißegal wir rattern heute noch ein bisschen runter ob ich durchspiel weiß ich noch nicht dass wir mal sehen wie lange brauchen so wir waren ja hier beim schiffsoffizieren reden reden alle wollen immer nur reden das hat so einen rostigen ork schlechter irgendwie mich interessiert was er für ein schwert hat enter messer nennt sich das du weißt ja wo du mich findest ja klar patty wir können mal kurz bei patty gucken die ist nicht da gut oder nicht gehen wir wieder ich weiß sie weiß es meister bell schwur was hast du so du hast eine bereitschaft der heiligen flamme zu dienen taten folgen lassen dein weg war gewiss nicht leicht doch nun weißt du was es bedeutet ein beschützer der flamme zu sein ja wir sind sogar meister der magie bildschwur jetzt kannst du uns nichts mehr bei probleme haben wir alle probleme haben wir alle so sieht's aus wir kaufen die alle und verkaufen guck mal den titanen starb nee den kriegst du nicht kriegst die dinger und zwei komm wir gönnen du kriegst 202 pfeile sind einfach nichts wert es ist so traurig ich bin froh dass du dich für die richtige seite entschieden hast schon in ordnung gut dann ist der fall abgeschlossen ich werde carlos ausrichten dass du mir geholfen hast hier ist eine belohnung alles klar wir haben einfach nie wieder mit ihm geredet ups wenn wir das nächste mal mit bei carlos sind dann komm lass mich durch ich bin im auftrag das sind vielleicht können wir nochmal 50 gold oder so abkassieren oder 100 wer weiß das wäre schon lustig so jetzt leto das ist das zu riskant lass uns handeln ihm haben wir auch schon mal scheißdreck verkauft guck mal wir haben nämlich doch auch noch ja ich habe gerade caps lockt angemacht ähm genau hier gibt es nämlich Echsenmenschen und Krieger lass die scheiße du hältst deine schnauze ja du Arsch du Arsch meine Fresse he kann einer von denen mal sterben leto du musst überleben sonst komme ich nicht mehr hier in die stadt rein beziehungsweise raus denn jetzt können wir äpfel fressen und ruinen schädling okay ich glaube wir kriegen keine stärke mehr durch äpfel naja ein versuch war es wert hier schild glaube ich auch noch Anführer rum Anführer rum du Arsch ich will nicht zu weit nach da oben laufen jetzt haben wir die Quest erledigt und ich weiß immer noch nicht für wen das ist so traurig frech ja 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 er ist aber auch krass unterwegs ja 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 man kriegt von irgendwem eine Karte dafür ich weiß aber nicht wer einem diesen Auftrag gibt oder die spawnen einfach immer und man kriegt den Auftrag wenn man für Dinge ins Kirchen unterwegs ist hier Ordenskrieger beziehungsweise Bandit wäre möglich aber gut haben wir jetzt ja so was solls gehen wir unten noch gucken ob da noch was ist ich glaube aber nicht nee dann erledigt wo ist wo ist der Anführer der Echsenkrieger die Anführer tja der Anführer hinter der Stadt das müsst ihr mir jetzt anzeigen wo es ist wer mir diesen Auftrag geben könnte wir gehen zu Rudolf zur westlichen Ruine der ist der einzige der mir einfällt der noch das irgendwie auftragen könnte alle anderen ich weiß nicht weil sonst wir haben ja alle Kommandanten durch ich Carlos lass dich nicht umbringen ja nee ich versuch's hm alles nicht so einfach hier Kyler sind immer noch nicht One-Hit das ist so traurig ja 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 aber wie wir alle wissen wir müssen hier noch durch die Büsche wir müssen ja Beeren sammeln hier hier sind zwar keine Beeren aber das ist gar nicht schlimm irgendwo gibt es immer mal noch eine Beere in irgendeiner Ecke ich könnte mal wieder speichern ich weiß nicht wann ich das letzte Mal gespeichert habe auf jeden Fall jetzt hey Kyler geht schon mal nicht den Wolfgang du Arsch da ist zum Beispiel eine Beere oder ein Beerenstrauch sind ja mal ein paar mehrere dran ist ja nicht nur eine diese Aussicht hey ja da ist dieser Tempel wo wir uns ein Kristallherrn der Panzergrille vorne dran äh echt es gibt tatsächlich noch Gnome hier ja jetzt geh sterben meine Güte ja ja nein hör auf es gibt tatsächlich noch Gnome also jetzt nicht mehr Rezeptur jetzt bin ich gespannt für den oder? Wein, Mana, Pflanze, Fläschchen ja ja gut irgendwie nicht so nötig aber lieber haben statt rauchen und wenn es irgendein anderer Trank war dann ist auch okay also Tränke braun ich habe es ja durchgerechnet wenn man diesen ganzen Scheiß Dreck kaufen muss das rentiert sich null diese fertigen Tränke sind so günstig da braucht man nicht anfangen mit Fläschchen kaufen oder so wenn man Fläschchen und Wein gekauft hat hat man schon die Tränke gekauft das ist echt bitter aber so ist es ist man hier nicht irgendwo ne ist man nicht ne ist man nicht ist man hier nicht in den Sumpf gekommen? hier ist man doch in den Sumpf gekommen das war hinter den Gnomen gell? ja 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 ne nicht umfallen nicht runterfallen ne doch hier wir haben ja wieder Kraut oder Robert nein haben wir nicht was sind wir denn für Lappen? wir haben nur 5 14 Bären haben wir ihn interessiert das auch gar nicht dass wir da reingehen waren wir an der Trüche? vom Schlösser knacken verstehe ich nichts wir gucken mal was er hat er ist direkt dran gegangen so oh Maunertrank Rezept waren wir da hinten in der Höhle? war hier eine Höhle? hier war eine Höhle mit Ghulen oder? ne hier waren nur die Moorleichen was hast du zu verkaufen? genau Obel was hast du zu verkaufen? nix hab ich was zu verkaufen? da guck mal Knüppel noch ein Pfeil und eine Armbrust hätte auch Kraut und Wein Kraut und Wein hörst du mal einen Stängel? und wo soll ich den hernehmen? soll ich ihn mir etwa aus dem Arsch ziehen oder wie? verschwinde du Penner jetzt hat er eine Axt rostiges Schwert geklaut jetzt benutzt er die Axt jetzt macht er wieder mehr Schaden oh wir haben 316 großfleisch ogre ah moment wir können noch freten wir haben doch noch irgendwo so man findet hier so viel Spruchrollen das ist unglaublich nicht weglaufen und stopp ach du Arsch das war dumm von dir ja vielleicht aber Fred und ich machen dich weg zack zack gar kein Problem oder? er hat nicht mal Schaden gekriegt jetzt gehen wir hier einmal in den Ogre Hort nennen ihn Hort das ist so eine Höhle das war dumm von dir nee geht schon zwei zwei wir kommen dich holen er kann sogar den Plural dann benutzen der ist ja richtig krass drauf ok wir schießen sie einfach oh Gott wenn Fred gleich stirbt da bin ich am Arsch da bin ich am Arsch es muss einer sterben Fred töte ihn oh Gott ja alles klar Fred danke rostiges Schwert so das ist der Ogre Hort vom Schlösser knacken verstehe ich nichts ja aber du kannst ja zaubern der Held immer wieder vom Schlösser knacken verstehe ich nichts wow naja ein bisschen Goldkram ist ok waren hier noch mehr Ogre ich glaube nicht oder doch na dann machen wir den auch noch weg wir brauchen ja schließlich so viel Erfahrung wie möglich war dumm von dir wir wollen ja noch den Feuerball fertig lernen wir haben ja letzte Folge schmieden gelernt immer noch besser als ich werde dich zermatschen oh Gott meine Güte ähm genau wir haben ja für 10 Lernpunkte schmieden gelernt und haben dann einen Mana Ring gemacht der 20 bringt beziehungsweise 2 wenn wir dann einmal Schwertkampf hätten dann könnten wir sogar 2 Ringe von Mana tragen von Mana dann hätten wir da schon dann wäre das schon Premium Alfred geh mal da vorne gleich rein das Schwein hatte keinen Bock auf ihn so hier oben müssen wir ja auch lang wir hatten ja noch nicht alles einmal durchgeschaut wir könnten noch Bären sein oder andere Sachen vielleicht ist hier auch einfach nur eine Wand und da liegt gar nichts also gut hier könnte man Gold abbauen ich habe gerade eben kurz gehört was steht denn da jetzt aber es ist ein Fels immerhin ist mir nicht mehr das Herz in die Hose gerutscht alter Schwede habe ich mich da erschrocken als diese Aschebestie stand das war ja hola die Waldfee ja 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 zack zack Oga Wurzeln gibt es echt viele Oga Wurzeln gibt es echt viele Oga Wurzeln gibt es echt viele ist der normale Wolf gerade am Explosions Radius gestorben das wäre auch krass Krillblatt die Oga Wurzeln gleich mal fressen da vom Schlösser knacken verstehe ich nichts warum wusste ich dass dieser Spruch kommt guck mal da hat auch noch ein Freund da hinten der kommt jetzt auch Fred es reicht wenn du auch gefährlich aussiehst ne er zieht so die Waffe und dann denken die wir schon so um ne da gehen wir nicht hin den kann man eh nicht fressen den Fred 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 eher Fred oder Fred ne Fred er heißt Fred ähm den kann man eh nicht fressen ne ist ja kein Fleisch mehr dran rentiert sich ja noise also vom Schlösser knacken verstehe ich für uns jetzt nicht so relevant aber trotzdem noise wir könnten auch noch Bastardsschwetter schmieden wir könnten auch noch Dings schmieden wir könnten auch noch Dings schmieden Sturmbind einfach nur dass wir es getan haben oh das sind ja einige porque und ja fred warum muss ich wieder alles alleine machen der hat wieder Probleme ins nächste Leben zu kommen das passiert manchmal mit Wölfen das kennen wir ja ich brauche Beeren Leute Leute, Bären. Dreenchillinge sind ja ganz nett, aber Bären sind besser. Aber hier sind auch keine, ne? Wo ist denn das? Da unten. Wie kommt man denn da hin? Wenn man den Weg runter geht. Da kann ja mal vorkommen. Ich weiß, wir sind gerade nicht an den Priestergräbern dran, aber so ein bisschen, ne? Wir müssen noch ein bisschen leveln. Wie viel fehlt? Gar nicht mal so viel. Wenn wir noch herausfinden, zu wem die Quest gehört, mit, ähm, den Anführern. Fred, wo bist du? Ich hätte nicht gebraucht. Du warst nicht da. Er ist wieder voll. Perfekt. Da ist ne Wichtelkappe. Habt ihr sie gesehen? Die gehen auf den da. Dann auf den da. Das sah gut aus, was er gemacht hat. Auch wenn er ihn nicht getötet hat. Aber das macht ja nix. Sonst? Nix. Felswand. Da hinten drin hätten sie eine Pflanze verstecken müssen. Das wäre... ...är schwer zu finden gewesen. Ich frage mich auch manchmal, wer diese Listen macht mit den ganzen Sachen, wo die wachsen. Also, ob das so ein... Was ist das, was ich meine? Ja! So ein Gemeinschaftsding ist. So Schwarmintelligenz. Oder ob da einer wirklich hier jeden Meter absucht. Oder ob man sich das auch anzeigen lassen kann. Kann man bestimmt irgendwie... ...so durchmodden, dass man da... ...alle möglichen Pflanzen angezeigt bekommt. Ah ja, wir sind ja wieder bei Paddy. Oder eben nicht mehr Paddy. Ähm... Wir gehen mit dem Dom quatschen. Mit Fred auch schnell. Gibt's Probleme? Mach was anderes. Alles klar. Da hocken die Idioten rum. Wir sprinten durch zu Don Esteban. Das ist doch voll hier das Banditenlager, wenn man die aus der Stadt verscheucht. Das ist unglaublich. Also, jetzt könnten sie die Vulkanfestung easy angreifen. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Einfach aus dem Boden gekommen. Die Ruinen sterben wie die Fliegen. Sie sterben wie die Fliegen. Weißt du, was sich in den unteren Gewölben dieses Tempels befindet? Also, nach den Inschriften der Wände dieser Vorhalle hier zu urteilen, handelt es sich um das Grab eines bedeutenden Priesters. Die Erbauer des Tempels haben sich intensiv mit schwarzer Magie beschäftigt. Ich wäre an deiner Stelle äußerst vorsichtig, wenn du da unten hineingehst. Hier, nimm diese Spruchrolle. Ich habe so das Gefühl, dass du sie da unten brauchen wirst. Ja, war klar. Zeig mir deine Bar. Alter, ihm haben wir auch immer unseren Scheißdreck verkauft. Ähm... Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Mana. Ja, hey. Oh, Fred ist da. Jetzt noch. Don Esteban? Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Hm. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ja, ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich, hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hiermit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Ich gehe dem Ärger lieber aus dem Weg. Ja, besser ist es. So ein Scheißdrank, also... Wir verticken, aber da kriegst du ja auch kein Geld. Irgendwann geht das hier alles den Bach runter. Ja, geht jetzt schon den Bach runter. Er erzählt es jedem, auch wenn man es nicht hören will. Viele Händler sind da recht gut aus dem Klammern. Wenn sie meinen. Wir fordern noch kurz die Äpfel. Also dafür, dass wir wirklich wenig Stärke gelernt haben, haben wir 82. Das ist doch brutal. Die können wir trotzdem nicht benutzen. Es ist leider Zweihandschwert. Naja. Hat eh die gleiche Stärke, aber... Das passt. Der Ring sieht so voll krass aus, aber er ist voll scheiße. Irgendwie ist das... Sieht gut aus. Ähm, Titan, Stab, übrigens. Runter mit der Waffe! Geht doch! Gar nicht so cool. Da sieht der Doppelklingenstab von... Dem Inquisitor schon besser aus. Boah, wir haben genau 30 Minuten. Wir sind für heute fertig. Wir gucken uns Don Esteban an, wie er da so entspannt sitzt. Der hat eine coole Rüstung. Und ähm... Damit werden wir auch für heute Schluss machen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Jetzt steht er auf und geht. Alles klar. Wir stehen auf und gehen. Bis morgen. Ciao.